Trautes heim Glück allein Eventualität, äh, nein Wo war denn das jetzt hier? Teilen und herrschen den Schlüssel Bank Tresor der Möben bringen, nein Nein Wir werden einfach Der Wanderer erzählt vom Feuerspucker Hier, wir werden jetzt erst einmal Gesucht den Ark Hier, ähm, nein Trautes heim Glück allein Dann wird mir ja irgendein Ziel Wird mir kein Ziel angegeben Die Frage ist ja Wo ist die Bank? Tanzner Normale Ich hab ja schon alles gesehen, aber die Bank Hab ich nicht gefunden Wo soll denn hier ne Bank sein? Ne Bank, seine Bank Sonnentempel Hoch! Die steht da echt gut Ähm Mythen und Legenden Alle Bände der Schlechter lesen Kurheim am Wachturm von Ark 5 Hammervogel-Eier aus der Umgebung Des Turms bringen Das ist Schwierigkeitsstufe 2 Den Schlüssel vom Bank Tresor Fuchshand zu Milbert bringen Hab ich den? Der fliegende Händler Milbert hat Mich, nachdem er mir kostlos ein Lehrbuch Überließ Um Hilfe Scheinbar hat Seine Schwester Siela den Schlüssel vor den Tresor In dem sich das Erbe Des Fuchshands befindet Versteckt Siela ist Milberts Ergänzungen Nach eine gescheiterte Existenz Die das Geld ausschließlich für Glimmerkappenstaub Eine gefährliche Droge Verpasst Milbert will, dass ich Siela In der Unterstadt aufsuche Und mit mir von ihr den Tresorschlüssel besorge Wie ich das tue Ist mir freigestellt Das machen wir jetzt Ja komm Das machen wir jetzt Unterstadt Ich komme Ich wollte da nämlich schon letztes Mal rein Und ich möchte endlich mal wissen Was diese Unterstadt eigentlich ist Wir bewegen uns jetzt hier im Moment Ziemlich viel in der Stadt Aber Das muss auch mal sein Bevor wir die Hauptquest weitermachen Müssen wir mal so ein paar Nebenquests machen Finde ich sowieso immer interessanter Erst die Nebenquests zu machen Und dann Irgendwann mal die Hauptquest weiter zu machen Weil sonst ist nämlich das Spiel Einfach zu schnell vorbei Und das möchte ich nicht Bäh Bäh Ähm Ähm Habt ihr gerade gesehen Was ich gesehen habe Es haben sich einfach gerade Menschen weggebeamt Hey Mr Mr Zulu Ne Quatsch Nicht Mr. Zulu Mr. Scott ist da oben Und hat gebeamt Ich weiß gar nicht wie ich auf Mr. Zulu komme Das ist ja der Der Flug Der der Traumschiff Enterprise fliegt Der Steuermann Vielleicht hat er auch Checker hochgebeamt Man war es ja nicht Hier kann man was erleben Oh bald nehme ich ein Stündchen auf Ich freue mich total Dass das mal wieder klappt Ein bisschen länger aufzunehmen Misere Misere Die sind echt sehr Sehr nett hier Und wir gehen in die Unterstadt Und ich bin gespannt was uns da erwarten wird Weil das ist nämlich in diesem Berg da Und ich kann mir gut vorstellen Das wird nicht schön Da bekommen wir bestimmt auch nochmal ein paar Aufträge Also Einen Groschen Misere Nein Kann ich gerade nicht Achtung Angst Also ich schiebe das ganze Absturzphänomen Wirklich mal Auf Dextry Was ist denn das da Eine kleine Ratte Also auch Skewa genannt Und hier machen die anscheinend Strom Wie man sieht Weil hier ja Lampen sind Seit wann gibt es denn Lampen Ich glaube die haben zu viel Fallout gespielt Und haben dann das Spiel zusammengepackt Ich könnte mir Alter meine Klappe ist gerade aufgegangen Wie geil ist das denn hier unten Bitteschön Eine Stadt unter der Erde Oh Da ist ein Fahrstuhl Ich kann mir vorstellen Dass er nach ganz oben geht Krass Lohne ein Winterfeuer Nein Das ist sie schon Ne gar nicht wahr Hm 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 Der ist aber sehr Hm Hm Hier ist ein Kran Was haben wir hier Maddox Fischerei Allerlei Durch Arbeit Durch Arbeit zum rechten Weg Rechtgrube Oh oh Okay wir gehen einfach mal weiter hinein Das wirkt hier schon so ein bisschen wie Fallout irgendwie Weil es so dunkel ist Eine arme Seele Also hier unten sind nur die armen Seelen Was ist das hier Schuppen Öffnen Achso ich kann reingehen Oh Hier ist auch mal die Musik einfach kaputt Jetzt geht's weiter Ja das ist mal ein echter Schuppen Es hätte ja sein können Dass ich hier vielleicht sogar so ein Enderall Ähm Logo finde Aber Nein Vielleicht bin ich auch einfach nur blind Ich find das hier gerade Ich find das hier gerade etwas Traurig muss ich sagen Wohnbaracke Geselle Ich glaube das sind hier nur die Vorboten Wer ist das denn Ach komm ich geb dir einen Groschen Danke Ihr seid ein wahrhaft guter Mensch Oh Huh was macht die denn da Die ist aber schon irgendwie größer als die anderen Kinder Huh Die könnte Teenager sein schon Ich weiß es nicht Es kommt mir vielleicht auch nur so vor Ach du Backe Überall diese Ratten Aber die reden auch alle nicht mit mir Wohnbaracke Komm wir gucken da mal rein Ich will mal wissen wie die hier leben Oh ja Es geht ne Das Bett ist schon ziemlich Merkwürdig Hier sind auch ein paar Bücher Mal sehen Mal sehen was ist da drin Oh Egal Wir gehen mal wieder raus Der schläft da unten Okay Das sind hier aber keine guten Umstände Was ist hier Barackenplatz Unterstadt Wir gucken mal Also hier unten zu leben Also hier würde ich nicht leben wollen Also wir Wir können uns das leisten Für das Adelsviertel eigentlich Aber Ich weiß natürlich nicht Wie viel dieses Haus kostet da oben Also das würde ich mir schon gerne kaufen Was da oben stand Ich weiß jetzt nur nicht mehr Ich glaube das war in der Auf dem Marktplatz ne Oh 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 Aufpasser Geht weiter Hier unten sind's Aufpasser Und der Fischtier sogar Ernte Hängemus Äh Ist da was drin? Ich dachte jetzt schon Oh man Die armen Leute hier Geht weiter Was? Die reden auch nicht mit mir Bildmagier im Sonnentempel Dieser Arantial ist so ungewöhnlich wie sein Hof Das muss man ihm lassen Okay Aschenhaupt Da wohnen die Familie Aschenhaupt Aber es ist grad keiner hier Oh Das Leben des Torgan Aber Es hat mir nix gebracht Das Leben des Torgan Band Vier Da gibt's irgendwas mit Die magischen Disziplinen Psionik Da könnte ich was lernen Schade Lerne aber nix Krass Diese Ratten Überall Wahrscheinlich wenn ich sie angreife Greifen sie mich auch noch an Marktplatz Hier gibt's einen Marktplatz Hier unten Ich will auch so ein toller Schwert Das ist so fies Echt? Okay Die sind tatsächlich etwas größer Der redet ja auch schon etwas tiefer Ähm Äh ja Das Ist Klar Hier gibt's ein bisschen Essen Remus Wege los Achso der redet auch das gleiche Hier sitzen da welche rum Der gerbt ein bisschen Oh Backe Wo laufe ich hier eigentlich hin? Da ist wo man schlafen könnte Altes Wasserwerk Das gucken wir uns auch mal an Ich find das gerade hier echt interessant Das ist zwar gerade nicht so aufregend Wie bei manch anderen Folgen Wo wir kämpfen mussten und alles Aber Ah Das geht ja eigentlich ne Das ist das alte Wasserwerk von früher Bisschen Wasser ist ja noch da Wie man sieht Es wird hier auch angetrieben Und wahrscheinlich holen sie sich hier auch das Trinkwasser raus Altes Wasserwerk Da kann ich sogar rein Ob's da wohl irgendein Geheimnis gibt? Wir werden's herausfinden Oh da sitzt einer Ah Das find ich ja gar nicht lustig Ich muss ein bisschen aufpassen Dass er mich nicht nochmal erwischt Und tschüss Oh Da ist ein bisschen abgestürzt Dann sind hier einfach mal Straßendiebe Warum eigentlich nicht? Ich meine War doch klar Dass irgendwo mal ein Straßendieb auftaucht Der hat ein komisches Schwert, ne? Das nehm ich mal mit Ich meine hier Die Sachen Nehm ich auch mal Die könnten alle etwas gefährlich sein Könnte ich mir vorstellen Ähm Ich sollte mal was essen Hab ich denn noch Nahrung? Ich weiß noch nicht mal wo ich das finde Das ist schon zu lange her Ah hier Krustenbrot Das Krustenbrot dürfte mich eigentlich fast komplett heilen Ich duke mich mal Okay Also hier im alten Wasserwerk Gibt es irgendwas Sonst würden die da nicht Hier drinnen sein Durchsuchen Einzelteile Nehmen wir mal alle mit Ich weiß zwar noch nicht Wofür ich die brauche Aber es wird schon für irgendwas Wichtig sein Also komm Wer eins auf die Mütze kommt Hol ihn mir im Schlummer Und mach ihn großen Kummer Oh süße, süße Rache Ich schuld dich mir ins Pfostchen mache Hat der mich gesehen? Halt an Komm hier nicht um die Ecke Der geht wieder Unglaublich Also knapper als knapp Ging ja wirklich nicht mehr Ich nehme mal die Stahl Obwohl da sind viel zu wenig Pfeile Schade dass ich noch keinen anderen Bogen habe So ich hab ihn abgeschossen Ich wollte schon abgeschissen sagen Los Geh kacken So warte Jetzt wollen wir mal Die Erdung Machen wir Erdung Frosttauch Ich würde gerne ein bisschen Flammen wieder haben hier Los Verbrenne Okay Ich hab jetzt langsam raus Wie man kämpfen muss Ich habe kein bisschen Leben verloren Gegen den Weil ich es einfach kann Ha So Wir sollten vielleicht mal Elf Ausdauer Sollen wir Ausdauer? Komm wir machen Ausdauer Ich nehme das mal alles mit Damit wir das dann verkaufen Oh da geht es auch noch weiter Ach du Scheiße Hier ist sogar eine Truhe Mit Lederstreifen Dafür haben die eine Truhe hier hingesetzt Was ist denn das? Totenhauch Was um alles in der Welt macht denn Ne Pfeilsammlung Das nennt sich wirklich Pfeilsammlung Interessant Der Tisch Was ist da drin? Ein paar Groschen Ich habe ernsthaft Gerade Todeshauch bekommen Du Das wisst ihr bereits Ein Sog aus dunkler Macht Der sieben Punkte Entropie Schaden Verursacht Und euch allerdings Ebenfalls Nehmt Energie kostet Ach so Die Sachen habe ich glaube ich schon Die muss ich mal verkaufen So Gehen wir mal kurz In den Bereich Wo wir leveln können Weil Wir müssen uns irgendwo drinnen Verbessern Ich weiß nur noch nicht wo Wobei ich würde ja gerne Verbessert sich Die schwere Rüstung Ne Ach shit Das wollte ich doch gar nicht machen Ich habe den falschen Knopf gedrückt Egal schwere Rüstung ist auch gut Wir haben ja im Moment Ich glaube schwere Rüstung sogar an Wir müssen uns ja irgendwie nach oben arbeiten Also ist das jetzt ganz egal Ob ich das jetzt genommen habe Oder beng Also schwere Rüstung ist jetzt 10% effektiver Oder 15% Verstanden da jetzt 10% oder 15% ist auch Wurst Da geht's raus Adelsviertel Da komme ich raus Aha Also hier gibt es erstmal keine mehr Die haben irgendwie Na doch es gibt hier noch welche Ich will nur mal eben gucken Schrank durchsuchen Eisenerz Her damit Wir können noch ein bisschen was tragen Also so ganz Voll sind wir noch nicht Da oben muss doch irgendwo einer sein Den sehe ich nur nicht Da liegt ein Lehrbuch Gesellenbuch Schlösser knacken Das kann ich aber glaube ich noch gar nicht benutzen Hier steht nichts mit Lehrbuch ne Was ist denn hier alles Ach das ist alles Äh Da Gesellenbuch Schlösser knacken Taschendiebstahl Dieses Lehrbuch erhält für euch sehr fortgeschrittenes Wissen Ihr könnt es dennoch verwenden Jedoch wäre es sinnvoller Stets Lehrbücher zu lernen So haben können In der jeweiligen Fertigkeit entsprechen Wollt ihr dieses Lehrbuch trotzdem lesen? Nein Okay Ist vielleicht eine schlechte Idee Da muss noch irgendwo einer sein Das ist eine Truhe Oh Eisenerz Und fünf Münzen Gerber Oh Schläft der? Ne Der hat einfach nur gerade irgendwo was hingespuckt Bücher Das hatten wir schon mal irgendwie in der Hand Das weiß ich das Buch Was ist da drin? Ein paar Groschen Ein paar Nägel Wir schleichen uns einfach mal hier rein Ich könnte mir vorstellen Dass hier ein Magier ist Oh Salze Was ist das denn? Bitterbrandwein Da ist ein Totenkopf drauf Nehmen wir mal mit Karotten Lauch Ich wäre ja eigentlich mal dafür Oh Gott Da habe ich viele Zauber Ich würde ja am liebsten Hier Den Feuerblitz mal benutzen Das ging daneben Das ist tatsächlich ein Magier Alter Das war ein Eismagier Ein Wildmagier Da Mana Regeneriert Zehn Punkte Schneller Wir nehmen das mal alles mit Also das war auf jeden Fall gut Hier gibt es ein Genesungstrand Legerhaut Und Verzaubertrank Oh Hier gibt es ein paar Truhen Wieder das Übliche drin Oh Jetzt ist es aber auch gleich Ja Ich kann nicht mehr laufen Das sehe ich Tresor Mensch In dem Tresor waren nur fünf Münzen Was liegt denn hier? Amulett der Leichtfüßigkeit Der Schlechter von Ark Buch Zwei der Namenlosen Das nehmen wir mit Weil wir müssen ja alle Bücher irgendwie zusammen kriegen Hat sich also schon gelohnt hier rein zu gehen Und was sie alles für Bücher sind Landschaften Enderals Golden Forst Huch Was habe ich da jetzt eingesteckt? Das nehmen wir mal mit Gedichtsband Da ist eine Feder Glimmerstaubrezept Das nehmen wir auch mal mit Und da liegt ein Stab Stab der Erdung Was Feinstahlschuhe Die muss ich vielleicht mal anziehen Um einfach mal zu hören Oder zu sehen Wie gut die sind Oh Feine Armbinden Die sehen echt gut aus Die sind sogar viel besser Schleichen ist vier Prozent effektiver Ausdauer um vier erhöht Ah ja Ich muss jetzt mal gucken Was ich ausmiste Das wollen wir jetzt mal gucken Weil ich will jetzt nicht alles mittragen Hier Das kann zum Beispiel weg Auch die ganz normalen Eisenschuhe Obwohl ich sie verbessert habe Aber Gewicht fünf Ist ziemlich hoch Lichtmagie benötigt Ja Kettenhemd Ui Das ist schwer So Das reicht eigentlich schon Wein Hier ist noch ein bisschen Bitterbrandwein Und ich kann schon wieder Nicht mehr laufen Ich muss eigentlich nur Was kleines wegpacken Hier zum Beispiel Die Diese komischen Stiefel Hier Und schon bin ich wieder Leicht genug So Das heißt Wir müssen eigentlich Jetzt mal einen Den Markt aufsuchen Damit wir mal ein paar Sachen verkaufen können Es hat sich echt gelohnt Hier rein zu gehen Beziehungsweise Ich möchte Ach ne Kann ich nicht Ich will das ja auch schmelzen Aber fürs Schmelzen Muss ich wieder Eine bestimmte Stelle haben Und zwar Irgendwo Moment Hier komme ich ja leicht Muss ich noch nicht mal Den Haupteingang nehmen Man Wir haben Voll lange gebraucht Um für den Esel Namen zu finden Fällt mir gerade mal ein Und auf Einen Grosch Misere Bitte Ah Aha So komme ich da also auch rein Jetzt muss ich jetzt mal gucken Wo bin ich überhaupt Ach da oben Und ich muss da irgendwo hin Ins Südviertel Eingang zur Unterstadt Hm Okay Dann habe ich anscheinend schon mal Irgendwie Ich bin glaube ich zu weit gelaufen Das kann ich mir gut vorstellen Aber wir werden es ja sehen Ich hoffe ich finde jetzt die Schmelze auch auf die Schnelle Oh schicke Stadur Aber hier oben war ich glaube ich noch nicht Bank Hier ist die Bank Sieht gar nicht aus wie eine Bank Ah ja Hier ist der Eingang Zur Bank Dann wollen wir uns das doch mal Gerade angucken Alter ist das cool Das sieht ja tatsächlich aus wie eine Bank Ich gehe wieder raus Ich werde mir das mal markieren Wer ist das denn? Oh Hat auf jeden Fall eine nette Robe an Also da Da Ich kriege das da nicht hin Naja Jedenfalls ist das an diesem Tor hier Aha Ich habe gehört wie ihr geredet habt Aha Ja Ja Ich bin